UNTERTITELUNG Diese Waffenrückgabeaktion führen wir jedes Jahr durch. Wir haben 2009 mit der Waffenrückgabeaktion angefangen. Es gibt sehr viele Waffen in der Schweiz in Privathaushalten. Und jede Waffe stellt eine Gefahr dar für die Bevölkerung. Jede Waffe, die wir wieder einziehen, da können wir die Sicherheit für die Bevölkerung erhöhen. Ich habe die seit fast 20 Jahren nicht mehr gebraucht, ist immer im Keller gewesen. Und jetzt habe ich gedacht, ich brauche die sowieso nicht mehr und deshalb habe ich sie abgegeben.